Ah, dann ist das wahrscheinlich Hooks Mission. Hooks, kleiner Helfer. Was hat die denn jetzt davor? Warum sollte sie denn zu den Wien gehen? Wer ist Fessmann denn überhaupt? Na gut, dann gehen wir los. Keine Sorge. Oder was haben wir noch? Warum soll ich da aufhören? Das ist ein... Na, nein. Also gut, ich helfe der Spechwarzen, Hook, der Großen. So sehr wollen wir sie auch nicht verwöhnen. Wir gehen hin und gucken, was da los ist. Schatz der alten Vorarbeiter. Hook, was hast du nun wieder im Sinn? Was machst du da wieder? Da steht sogar Seele. Guck mal, Seele hätte direkt helfen können. Haha. Die scheinen ja nicht gut drauf zu sein. Was mir gerade auffällt, da hinten hinter Hook sitzt, glaube ich, diese eine komische Vogel aus Nataschas erster Story-Quest. Aus dem ersten Teil, der so rumgezickt hat wegen diesem komischen Wundermittel. Ja. 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 Vor allem die Seele ist auch noch da, die man auch mit. Das ging ja schnell. Äh, ich hab gar nichts gespürt. Also, das war, ich bin zu jung zum Sterben, ja. Gut, stimmt auch. Ja, nicht der Rede wert. Machen wir aber so zwischendurch, das ist Alltag. Oh, dann überlassen Sie das doch uns. Also, wir können uns auch darum kümmern, ne? Also, hör auf mit dem Gerät und geh zur Klinik. Das ist auch noch ein Punkt. Geräte kann man entsetzen, ein Leben jedoch nicht. Das ist auch noch ein Punkt. Ich weiß nicht, das hat nichts mit mir zu tun. Der Boss hat immer recht. Wir sollten Kinder nicht verhätscheln. Wäre dann das plausibelste, finde ich. Auf keiner, in dem Fall. Ich weiß nicht, dass ich noch einmal sagen. Ich sage nur noch einmal, aber... Fück? Wenn ich mich überraschend, der Fallmaster wird, wunderschön. Wunderschön? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich die Bosses der Bosses zu verhäten. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verhätscheln. Ich weiß nicht, dass ich jetzt die Karte schraubt. Ich weiß nicht, dass du dich sehr lieben. Aber was ist denn überhaupt passiert? Ja. Ich glaube, die Rechnung hat das nicht. Ich glaube, dass ich das so großartig war. Was ist das so großartig? Was ist das so großartig? Was ist das so großartig? Ich glaube, dass ich mich nicht arbeiten kann. Ich weiß, dass ich mich nicht so großartig bin. Ich muss mich nicht so großartig sein. Ich bin der Grund, was ich. Ich würde sagen, dass ich mich nicht mehr so als andere sagen würde, aber ich würde sagen, dass ich nicht mehr so ein bisschen verletze, aber ich würde sagen, dass das ein bisschen was. Es ist wichtig, dass ich, nachdem ich nicht mehr, dass Huck in diesem Geld leben kann. Das ist das Problem. Der Vater... Jetzt ist es gut. Ich habe das Geld. Ich habe nichts überstanden. Hat ihn jemand gestohlen? Ich habe immer noch einen Schuss mit dem Schuss, weil er nicht so gut ist. Ich habe jetzt noch einen Schuss für mich. Ich habe ihn nicht mehr als Schuss. Ich habe ihn nicht mehr als Schuss. Hat sie ihn mitgehen lassen? Oder weiß sie, wo er sein könnte? Geh zum Fers, Mann. Ja, ich helfe doch anderen leidenschaftlich gerne. Also von daher, klar. Na, wie hast du mich gerade genannt? Ich habe es genau gehört. Dann mal auf in die Mine. Da waren wir ja eben schon. Sieh, da steht ja immer noch. Frömm, frömm, frömmlich rum und macht nix. Zum einen, doch, der Mensch ist wieder auf uns, was wir? Ich will kurz darauf, das ist der Ampst, von der Mutter der Shayk nhau zu übernehmen, das ist der Schüchter Freund Gäste! Das ist sehr gut. Der Mann hat nur noch Leute, die alle erichtlich der Fersmann. Aber nach dem Riechenland der Abflügel gehalten wurde, dann hat die Geschichte wie ganz mits aufhaben. Das war's für mich. Das grenzt das doch schon mal ein bisschen ein. In diesem Zeitraum war niemand sonst in der Unterkunft. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Aber... Aber was ist das? Wer gelogen hat, muss auch der Dieb sein? Nicht zwingend, nein. Mehr als eine Person kann es nicht sein. Sie müssen alle verhaftet und nacheinander gefragt werden. So ein bisschen radikal. Aber wer sagt denn, dass es nur eine Person ist? Um jemand anderen zu decken. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich habe mir immer noch gewohnt, dass ich das. Das ist eine große Herausforderung. Wie kannst du das für eine Dschwelle machen? Ich habe das in die Hände zu können. Wenn du wirklich nicht gebeten hast, dann antworten wir das in die Frage! Was hast du zur Tatzeit gemacht? Und was hättest du von First Man? Hm, ich glaube ihm da irgendwie. Hast du den Detektor gesehen? Du sagst nicht, wer verdächtig ist, oder nicht? Vielleicht versuchst du auch ihm was anzuhängen. Hm, du sagst, du sagst, was du sagst, was du sagst, was du sagst, was du sagst. Wenn du das fertig bist, dann kommst du. Ich bin sehr viel. Ich bin sehr schwierig. Eine Lieder, ich bleibe noch drei. Haben wir da einen Gärtner bei? Der Schneider, wenn zumindest. Die scheint mir schon rein vom Temperament her nicht dazu zu passen. Was hast du zur Tatzeit gemacht? Und was hättest du von First Man? So, cool. Zu knapp, ne? Hast du den Detektor gesehen? Ich auch nicht. Äh, können wir uns auf deine Intuition verlassen? Ja, aber die wirkt auch jetzt nicht so. Die wirkt so eine typische, introvertierte, träge Person, die halt ihr eigenes Ding macht und möglichst in Ruhe gelassen werden will. Und sich gar nicht groß, dass ich in irgendwas hinein drängen will oder so. Ein Betreuer haben wir noch. Ganz ruhig. Wir wollen doch nur gründlich sein. Wir wollen nur für unsere Fragen, wenn uns alle Fragen stellen. W-, W-, Wac-Tit. Ich frage das. Wenn du das mit der Tatlnummern drgibst, dann geht es auch gut. Was hast du zur Tatzeit gemacht? Besonders nichts. Du hast nur noch nachherソclient gewonnen. Und es ist jetzt alles. Ich glaube nicht. Das ist wirklich absurd. Das ist dann auch Leid der Frage. Ich denke, dass ich die Schlacht hast gekommen, die ihn auch mehr vertraut. Und was hältst du von First Man? Komm mir ein bisschen eigenartig vor. Hast du den Detektor gesehen? Ich weiß nicht. Die Frage war vorbei? Hast du den Detektor gesehen? Ich glaube nicht. Ich werde mich auf der anderen Seite warten. Auf der anderen Seite wirkt er wie ein Hardcore Grünschnabel, der davon überhaupt keine Ahnung hätte, großartig was zu klauen oder es gut zu verbergen. Auf der anderen Seite wirkt er auch ein bisschen zu verdächtig. So, der letzte im Bunde. Ein Händler. Ein Händler. Ein Händler. Fertig! Alles Benut! Puh!